Meine Güte. Moin Stingelieb. Herzlich willkommen bei der Auto-Gesellschaft. Herzlich willkommen in einem neuen weiteren Video. Heute ist Metzante, Hofrunde, Kunden-Stories und was sonst noch so anliegt. Ah, Bentley. Stimmt. Die Kalesche. Der Tobi freut sich total. Siehst du denn, wie er sich freut? Bentley. Unser Tramwagen hier in der Firma. Das ist nach dem Franzosen. Kommt direkt der Bentley. Oder liegen die jetzt schon auf innerer Höhe, die beiden? Es gibt immer so Wanderbaustellen, die uns hier begleiten, die einfach nicht enden wollen. Hallo Frau Bumsewitz. Wo hast du die Kinderriegel versteckt? Ich habe schlechte Laune. Wo ist die Kinderriegel versteckt? Mir wird nichts mehr unterschrieben. Ach doch, so jetzt? Die sind versteckt, damit du die eben nie findest. Deswegen heißt es Versteck. Ach so. Geil, he? Fettbeeren hat noch nie so viel Spaß gemacht. Macht ihr das Rundbeeren auch Spaß? Ja, ich tue den Fehler zu. Also ich hatte 3 Sekunden Spaß, sie muss 9 Monate ausbaden. So, bevor wir jetzt eine Runde MZ fahren, laufen wir eine Runde über den Hof. Finde den Fehler. Gibt es dann für einen Sonderpreis. Ach, ist die Siri? Ne, in Schöner. Ist der neue André in Schöner. Fangen wir mal von vorne an. In Schöner. Stimmt's Siri? Stimmt. Die Siri ist nämlich, man kann die Ähnlichkeit sehen, zum Verwechseln ähnliches, die Mama von der Lisa. Und Siri hat sich bereit erklärt, uns hier aus unserem Desaster hinaus zu helfen und hier bei uns zu arbeiten. Na schön, ne? Ja, mach ich gerne. Brauchst du es schon? Ne, überhaupt nicht. Doch nicht. Was soll ich noch anders sagen? Du bleibst ja nicht ernsthaft mehr übrig. Jetzt ist es zu spät. Wir haben gerade beschlossen, dass wir den jetzt endlich mal anmelden. Als Werkstattersatzauto. Warum? Weil der Touran nicht mehr fährt. So. Da hat sich das jetzt auch endlich mal geklärt. Und dann haben wir ja, waren wir ja Fleißmeißen. Und dann haben wir viel gekauft, auch aus der Community. Und dann gehen wir uns mal gucken, was so alles, okay? Was bitte ist denn das? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Kommt mir manchmal vor, wie der Haken Amstapp. Da muss ich ja betrunken gewesen sein. War ein hier? Das heißt, jetzt mal auch eine Scheißkunde, wir werden das gemacht. Wo hat dann das jetzt auf einmal her? Und hier, also mit Carbon? Ja, das finde ich ja komplett. Aber bitte, das war teuer. Ich weiß nicht. Das hat bestimmt, also bestimmt 900 Euro gekostet. Ne, also pass mal auf, das ist ein 3 Liter Diesel. Lenkraut so neu beledert, ne? Sehe ich gerade. Das sind halt so Sachen, die siehst du auf dem Bildern, die sie wirklich. Aber das Lenkraut ist neu beledert. Und was hat denn da für eine Aluminium-Applikation? Siehst du das? In der Mitte, ne? Ja, was soll das denn? Werden die Scheiße da reingebaut? Und hier? Auch nochmal 300 Euro wahrscheinlich? Ja, 3 PS. 3 PS? Ja. 6. Jetzt sind wir schon bei 706 PS. 710 PS. 710 PS. Ne, Gewicht mal. Achso, ja, stimmt. 50 Kilo weniger. Das ist bei 709 PS und 712 PS. Und die hier, die hier sorgen dafür, dass du ab 399 kmh am Bugatti Veyron vorbeiziehst. Wegen der Aerodynamik, verstehst du? Dann ziehst du nämlich Strong-Kram vorbei. Dann machst du bloß mit einer Hand am Lenkrad. Verstehst du? Wie die Bugatti-Fahrer das so auf der Autobahn machen mit 400 kmh. Das habe ich ursprünglich gefragt. Das ist hier, das ist das Müllauto nur umgedreht, damit du vorne mitfahren kannst. Achso. Da kannst du dich hier drauf. Und dann stützt du dich hier drauf und dann fährst du mit. So, den haben wir gekauft. Von der Stefanie. Ich weiß gar nicht, ob das Video dann schon lief. CLA 200 Diesel. 5 Widerverbrauch, ne? 4,9 Widerverbrauch. 4,9 Widerverbrauch. Wahnsinn! Oh, das ist das Bild. Das Telefon, guck mal hier. Das macht es. Ich habe das Ding zerknallt. Dass ich wieder einen guten Tag gehabt auf jeden Fall. Dann hast du das Ding zerfeuert. Das ist unser Ankaufstelefon. Das ist richtig geil, ne? Wenn du das Telefon zerknallst, womit du eigentlich arbeiten musst. Das macht komplett Sinn. Das ist schlau einfach. Das war komplett schlau. Vielen Dank nochmal an den Mirko vom Handyshop auf der Schandauer Straße. Der hat mir das Ding abends noch schnell repariert. Aber der Display hat halt auch so seine Macken, glaube ich. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hinstecke. So, steckst du jetzt hier hin, damit wir die permanent irgendwelche Leute anrufen. Dann haben wir hier einen T5 in Zahlung genommen. Das ist auch so ein Powercar. Ja. Du kennst ja sicherlich diese Autos, die so große Motoren haben. Mit so großen Feuerspucken und sowas. Und dann so ganz feil schnell. Heute ist es komplett ernsthaft. Heute ist es komplett ernsthaft. Und das krasse ist, das ist der Vorläufer davon. Okay. Ja, das ist ein 140 PS TDI, DSG, Multivan, langer Radstand mit Einzelsitzen. Wie wild ist das? Das ist krass. Ja. Selten zu finden. Hat aber schon 145 runter. Und ja, mal gucken, was wir damit machen. Erste Hand die Bude. Ja, hat halt auch seine Macken. So sieht es eben aus nach so einem Auto mit 145.000. Überall ein bisschen was hier. Kantenrost geht es los. Die Tür ist schon ein bisschen müde. Die Reifen sind runter. Ja. Ich weiß gar nicht, was sind das hier? Was ist das? Das ist... Das ist... Ah ja, genau. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Hat Sitzheizung, Klimaautomatik und ich glaube sogar ein großes Radio drin. Jetzt gehen wir mal zu den Mädels rüber. Jawohl. Na schon, wie sieht es aus? Na gut. Das Kantholz gibt es dann zum Bändle übrigens dazu, falls der einer quer kommt auf der Straße. Das ist ja auch original Zubehör. Das ist Zubehör. Original. Das Kantholz, das ist Maragoni-Holz, das haben die Hand geklöppelt. Ja. Da hat einer bei Bentley sechs Jahre lang geschnitzt. Lange Rede gar keinen Sinn. Dieses Kraftfahrzeug, also wie das Ding einen TÜV gekriegt hat. Jetzt mal ganz gerade raus. Das muss ja so der TÜV-Prüfer gewesen sein. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nichts gesehen. Also John, was haben wir jetzt hier alles neu gemacht achsmäßig? Das war so ein bisschen was, ne? Kostet der Quanta bei die Bentley 400 Euro, ne? Die Lenker. Die Lenker. Das Stück. Aber wir haben da schon einen netten Hinweis rausbekommen, dass das alles verweb fetternd ist. Und da kam das irgendwie 8 Euro der Scheiß. Geil. Bei Bentley kostet es vielleicht das 36-fache. Jetzt fährt das Auto wahrscheinlich ordentlich. Nö. Das ist anzunehmen, weil der eine war schon. Zeig mal sehen wir in der Insta-Story. John, was machst du da? Ich habe gerade festgestellt, dass ich wahrscheinlich fälschlicherweise den Lenker ausgebaut habe, weil das Lager ist doch noch gut. Oder nicht? Das könnte man jetzt eigentlich so nehmen hier als Rolle für so ein Skateboard. Ja? Hätte fast genauso viel dafür getaucht. Hätte nicht, oder? Nicht? Na was ist da wahr? Kannst du fast eh mal rumdrehen hier, hallo? Viele Grüße an TÜV-Prüfer. Beim nächsten Mal guckst du mal ein bisschen. What the hell is going on? Dieses Auto. Dieses wunderschöne Auto. Das schenke ich meiner Tochter irgendwann zum 18. wahrscheinlich. Das Ding nehme ich immer noch hier. Gefühls. Also jetzt läuft die Karre. Der John hat sich vorgenommen. Nächste Woche. Ich will heute eine Robofahrt machen. Heute. Also in zwei Wochen. Nein. Weil er bis zum Tor gekommen ist, dann ist die Karre verreckt und dann ist er wieder hier. Kennst du das Spiel Monopoly? Kennst du das, wenn du irgendwie immer im Knast landest und nie über loskommst? Und egal wo du bist, ist er wieder im Knast. Das ist das Auto hier. Das ist die Spielfigur dazu. Dieses kleine Auto was es da gibt. Ja das ist nicht irgendein Bugatti oder irgend sowas. Oder ein Bentley. Nein, das ist ein Renault 5. Damit du Bescheid weißt. Guck mal hier. Und hier hat man in Hamburg schon wieder keine Kosten und Mühe gescheut. Alter hier. Hier geht es richtig ab. Ja. Wahnsinn. So. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Der liegt jetzt quasi in den letzten Zügen hoffentlich. Der hat halt so seine Macken. Man geht eine Lampe an, dann geht die wieder aus, dann geht die an, dann geht die aus. Da fragst du dich, wofür fängst du denn an? Wo hörst du denn da auf? Wir haben uns jetzt gesagt, das Ding muss fahren, lenken, bremsen und sicher sein und funktionieren. Das sieht auch ein bisschen wild aus hier alles schon. Das ist halt alt, ne? Ich würde denken, dass die Innenausstand nochmal genauso aussah. Übrigens. Ah, das könnte sein, ne? Dass man das halt alles mal lackiert. Naja, altes Geschmackssache, ne? So, gehen wir mal weiter. Lassen die Jungs hier ein bisschen zaubern. Damit der John auch heute noch eine Probefahrt machen kann. Achso, apropos. Wer noch zufällig, rein zufällig, in Renault 5 GT Turbo Tachoeinheit hat. Vielleicht der Mutlu oder der Marco. Oh, 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 oh. Dann können sie uns gerne schreiben. Wir brauchen nämlich eine. Weil die, die wir haben, ist leicht kaputt. Hast du es gerade zufällig zu sagen, Sobi? Es geht jetzt schon wieder mehr. Es geht schon wieder mehr? Es geht wieder mehr, ja. Wir haben uns noch ein bisschen reden gemacht. Der hat immer dran rumgelötet schonmal und irgendwelche LED-Scheiße eingebaut. Na, wenn du das hier anguckst. Sieht gut aus. Pass auf, das Ähnliche, was an dem Ding noch ging. Das ist eigentlich auch das Aller-Aller-Wichtigste. Ja. Mit Abstand Wichtigstes hätte mir eigentlich auch völlig zugereicht. Ich hätte ihn persönlich nie mehr gebraucht. Das war hier die Boost-Anzeige. Ja. Hier. Die ging noch. Mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Wir sind jetzt schon, dass fast alle Kontrollleuchten gehen. Oh. Oh. Ja, die haben wir schon mittlerweile. Oh. Ja. Also wenn da jemand was hat oder generell noch Parts, jetzt mal ohne Scheiß, noch Parts, bis ein Auto übrig hat, dann immer rein damit. Schreibt uns gerne irgendwie. So, der Kamerad, den schaffen die Jungs morgen weg. Der ist von Absatz verkauft worden. Also sprich, der Kunde hat das Auto noch nie gesehen. Der geht nach ganz ins tiefste Bayern an die österreichische Grenze. Geil. Ja. Das wird richtig geil. Den haben wir nach Frankreich vertickt, glaube ich. Weg das Ding. Das war jetzt nicht so das geilste oder das gelbe von Ei. Den haben wir, oh da kommt noch ein Video dazu. Shelby GT 500. Drei Einträge. Wederhand ist er aber. Familie umgeschrieben. Deutsches Fahrzeug, also sprich Neufahrzeug, importiert über Geiger. Keine Nachlackierung. 27.000 Kilometer. Sieht aus wie neu die Bude. Traumhaft schön. Unverbastelt alle Serie. Q8 haben wir in Zahlen genommen. Angekauft auch von der Community. 50 TDI. In der Design Selection oder wie die Scheiße hieß. Da hat er hier dieses tolle Gelb Gold. Sieht halt mega aus. 22 Zoller hat er jetzt drauf. Die waren aber auf Preis. Und eigentlich alles drin. Also hier ist wirklich alles drin. Vom Panoramadach, bis Keyless, bis Softless, bis... Nee, Softless hat er lieber nicht. Aber Keyless hat er. Head-Up-Display, Standheizung, Sitzklima, alle Assistenzsysteme. Ja, da bleibt mir fast die Luft weg. So viel Ausstellung hat die Karre. So, R6 hat der Enrico jetzt mal angemeldet. Übrigens, ich bin gestern mit 10,4 Liter gefahren. Easy. Das sieht echt schön aus. Habt ihr schön gekauft. Da war Julian unterwegs. Da kommt noch ein Video dazu. Auch das hier. Das ist mein Favorit hier. Von der Tour. Dein Favorite. Der ist auch schon wieder weg. Und Scheiß. C36S, C-Modell. Hätten wir zwei oder dreimal verkaufen können das Auto theoretisch. Ist ein zweiter Handfahrzeug mit 20.000 runter. Unfallfrei, nachleihungsfrei. Ja. Ähnlich was komisch ist, ist das hier. Guck mal wie die Lampen hier sitzen. Auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Aber die Scheinwerfer sind alle original. Alle aus dem Baujahr. M4 habt ihr schon gesehen. Ist verkauft. Der Q7 ist glaube ich auch schon weg. Hier kriege ich eventuell noch einen DKG. Mit bisschen Glück. Hier kommt noch eine interessante Story zu dem Auto. Hier reden wir nicht drüber. Hier kommt auch noch ein Video dazu. Ah ja stimmt. Panamera GTS vor Facelift. Cooles Ding. Hier geht es jetzt auch endlich weiter. Da warten wir jetzt noch auf das scheiß Fahrwerk. Weil wir brauchen nicht anfangen, wenn das Fahrwerk nicht da ist. Also ich weiß gar nicht wie lange wir auf das Fahrwerk schon warten. Vor allem, wir haben auch so die geile Idee gehabt. Wir bauen noch so ein, zwei Autos um vom Wörtersee. Achso. Na klar machen wir das. Garantiert. Wir fahren dann wie wir mit dem Flixbus sitzen. Zum Wörtersee fahren. Aber da bin ich wenigstens schon Bahnhof Dresden-Neustadt besoffen. Das ist ja endlich schon Vorteil in der ganzen Sache. Pass auf. Dann haben wir verkauft. Ich weiß gar nicht was alles. Aber es war doch so das eine oder andere. Das ist unser Wohnmobil. Das haben wir jetzt mal aus der Versenkung geholt. Weil wir dachten wir fahren mal. Ne machen wir nicht. Verkauft ins Ausland. GLC 220 Diesel. Auto 25.000 Kilometer auf dem Ohr. Original. Alles lückenlos bei Daimler hinterlegt. Kommt aber aus Italien. Ist aber ein deutsches Auto. Das Auto war in Deutschland. Ein Halbjahreswagen. Ging dann nach Italien. Lief dann dort drei, vier Jahre. Und dann habe ich ihn zurückgekauft. Da hatte ich auch einen Kunden dafür. Und komm mal jetzt. Guck dir die Bude an. Ohne Scheiß. Das Ding sieht komplett aus wie neu. Hat man Kunden dafür. Der Herr hat sich das Ding, der wollte es haben. Hat ohne Sitzheizung logischerweise. Also es ist halt ein deutsches Auto eigentlich ursprünglich gewesen. Und unfallfrei, nachlackierungsfrei. Also an dem Ding ist nichts dran. Wirklich ohne Scheiß. Das Ding sieht wirklich aus wie neu. Hat der sich einen Vertrag schicken lassen. Und da haben wir natürlich auch gesagt, dass das Ding aus Italien kommt. Logischerweise steht auch im Vertrag natürlich drin. Dann rief irgendwie so ein Händlerkumpel von dem an. Und meinte dann, das wäre alles total scheiße, weil das Ding aus Italien kommt. Da habe ich dann zu dieser gesagt, du weißt du was, labern nicht mit dem Typen rum. Dann hat es sich erledigt. Darauf geschissen. Hat einfach keine Ahnung. Wie ich schon immer sagte. Es gibt gute und schlechte Autos aus Japan oder Italien oder Spanien oder Frankreich oder aus Deutschland. Völlig Wurst. Oder in Amerika. Man muss halt gucken, was man guckt. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die Japaner, die ich bis jetzt so alle gesehen habe, die waren halt alle Gehzuge. Das sind halt alles alte Autos. Und die haben alle so ihre Macken. Dieses Hypeding. Die Japaner sind alle so super gut. Wenn du eine S-Klasse schießt dort, die irgendwie, keine Ahnung, 8.500 Euro kostet. Da muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein. So C200 auch ganz wenig runter. Ich meine 30.000 oder irgend sowas. Benziner aber. Ging auch recht zügig weg. Das hatte ganz schön lange gedauert hier, bis das dann geklappt hat mit dem Kunden. 2 Liter Diesel war das. Oder ist es ja immer noch. Wide Track. Keine Ahnung, wo der hingegangen ist. Da habe ich aus Belgien geholt, die Bude. Q7. Da gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen, oder? Schönes Auto. Also einer der schönsten Q7, die wir so hatten bis jetzt. S3 verkauft. Ging auch recht zügig. Dann auch A5 Sportback. 3 Liter Diesel auch verkauft. War auch problemlos, glaube ich. Was hier? Ich will lieber nicht wissen, was da vorher stand. Besser ist vielleicht. So auch verkauft. Und T5, T6 geht auch. 140 PS Diesel. Ne, 150 PS Diesel. DSG, ne? Ansonsten ist noch der C250 verkauft. Äh, C250 ist auch weg. Also da ist ein Vertrag rausgeschickt worden. Mal gucken, wann er zurückkommt. Aktuell. Achso, und einer von den Siemens verkauft. Der schwarze, glaube ich. Der auch noch. Der ist auch. Und dann wackelt noch der GTI. Den haben wir wieder zurückgeholt. Ach, das ist der. Dann haben wir jetzt einen Metall-Cut rein. Also ich habe so mittlerweile den Eindruck, dass so C63 geht irgendwie immer. Ja. Egal ob Limo, Kombi oder Coupé oder Cabrio. Ist völlig egal. Geht immer. Auch der Sauger geht da immer. Aber E-Klasse, CLS, schwierig. Immer schon. Also ich hatte noch nie einen E63 oder sonst was. Oder S-Klasse geht auch. S63 geht auch. S65 geht auch. Aber die E-Klasse oder CLS, ich weiß nicht, was da los ist. Ich finde das Ding eigentlich geil. Viele sagen ja, als Shooting-Break ist das hässlich. Wahrscheinlich kriegen schon viele einen Anfall, weil hier das V8-B-Turbo hier klebt. Was hier normalerweise sein sollte, fehlt. Da denken wir wahrscheinlich schon viele, oh, Unfall. Unfall, Totalschaden, Litauen, alles. So, ich glaube jetzt so SLC 250 Diesel. Ich glaube, da habe ich mich verkalkulieren. Ich glaube, das braucht keiner. War vielleicht ein bisschen unglücklich, ne? Wer kauft denn den Cabrio jetzt als Diesel mit? Ja. 2,50 Euro gefühlt Dieselpreis. Ja gut, wusste man nicht, ne? Das wusste man nie. Aber naja, du. So ist es. Hinterher wundert man sich immer. So, was haben wir hier noch? Ja, eigentlich sehr geil. Aber, ey, ganz ehrlich, da kommen nur Leute, die wirklich einen Neuwagen suchen. Ohne Scheiß. Ja. Ist kein Quatsch. Das Ding hat 80 auf der Ohr. Ist halt irgendwie, naja, warte mal, was ist das? 2006er, ne? 16 Jahre alt. Genau. Und die suchen alle einen Neuwagen. Also ich hatte letztens einen interessanten Herrn am Telefon, da fliegen wir jetzt auch bald hin. Der sucht auch alte Neuwagen quasi, hat aber auch das nötige Kleingeld dafür, um es einfach auch auszugeben. Ne? Da hat es einfach gar nicht geklemmt. CTS-V. Ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen wir für das Auto schon hatten, aber irgendwie haben die Leute entweder kein Geld oder kriegen keine Finanzierung. Ist schwierig, ne? Das Ding ist ein Fehlkauf gewesen. Das kann ich jetzt schon sagen. Schöner Mülleimer. Guck mal, haben wir auch aus der Community. Golf 7, wie man ja unschwer erkennen kann, als A-Star Sondermodell. Ins4er TSI, 40.000 runter Handschalter. Den auch hier vom Opa. Schön, ne? 28.000 runter. Das ganze Auto wurde nochmal neu lackiert von VW wegen Oberflächenschäden. Krass, okay. Das hat den hier beim Ankauf gemessen, was ist denn hier los? Der Enkel so, keine Ahnung. Eine komplette Akte, so dick. Alles VW-Kunde. Alles, also volle Bude. Krass. Die Lackierung ist aber auch sehr, sehr gut von der Qualität. Und dann hat sich herausgestellt, da hat sein Opa nochmal gefragt. Er hat gesagt, ja, ja, das haben die dann am Anfang nochmal gemacht. Das ganze Auto neu lackiert. Ich so, okay. So, dann haben wir hier ein A320 TDI, 184 PS Quattro. Der geht wahrscheinlich ins Ausland. Den haben wir gekauft von der Community. Da hat es leider mit dem Fahrzeugbrief dann noch so lange gedauert. Wir haben das Problem, dass wir zum Beispiel Autos aus der Community aufkaufen. Guckt, fahren wir hin. Holen es ja vor der Tür ab. Oder auf der Arbeitsstätte oder was weiß ich wo. Sonst wo auch immer. Ja, dann muss es dann auch leider hinterherlaufen, bis der Fahrzeugbrief dann endlich kam. Das ist dann immer ein bisschen schade. Aber der kam jetzt, glaube ich, und alles gut, Gott sei Dank. Aber das nervt dann halt auch, wenn du dich damit wieder noch dreimal abspielen musst, bis die Kollegen dann endlich mal die Briefe rausschicken. Weil, Echtzeitüberweisung bei der Sparkasse ist ein Witz, ne? Kannst du es lassen. Das funktioniert mal und das funktioniert mal nie. Und dann, ach, das ist das Letzte. Liegt aber auch, glaube ich, an den Banken untereinander, ne? So, hier. A4. 3.0 TDI. Der Umstrittene. Der Umstrittene. Ja, ich habe es in den Kommentaren schon gelesen. Also, Leute. Erstens mal kann jeder mit seiner Scheißkarre einfach mal Gottverdammte Scheiße machen, was er will. Und wenn er sich da rosa Folie draufklebt, irgendwelche rosa Einhunder draufklebt auf die Karre, dann ist es denen sein Scheißproblem und mir Scheißegal. Ja, das muss man ganz gerade auch sagen. Und mir gefällt es übrigens. Also, kannst du sagen, was du willst? Ich finde es gut. Ich habe gesagt, die Räder kommen auf die Karre drauf. Weil die Jungs und Mädels wollten nicht, dass das Rad draufkommt. Die wollten das Rotorrad drauf haben. Da habe ich auch gesagt, das sieht so beschissen aus, zusammen mit dem Auto. Ja, mit dem Sepangblau, mit den schwarzen Applikationen. Die fahren so tief. Passt dieses Rotorrad gar nicht. Und ich finde, das Rotorrad nimmt es mir nicht übel. Aber ich finde es zum Kotzen hässlich. Weil ich es einfach nicht mehr sehen kann, dieses Drecksrad. Das ist für mich, das ist was anderes. Das sieht wenigstens aus. Und es passt einfach gut zusammen. Gut. Und Heckscheibenwischer weg clean. Ja, okay, gut. Jetzt mal ganz gerade raus. Hätte ich ohne gemacht. Gefällt mir ohne. Und die Audi-Ringe müssen auch wieder dran. Ob du jetzt hier 3.0 TDI dran klebst oder nicht, sei jetzt mal draufgeschissen. Aber die Audi-Ringe in schwarz müssen da wieder dran. Und auch der Heckwischer. Das sieht irgendwie aus wie, weißt du, wie so eine komische Autoversicherungswerbung, wo man irgendwie auf ganz billig die Embleme wegretuschiert hat. Das gefällt mir auch nie. Habe ich auch den Kunden gesagt, dass mir das persönlich jetzt nie gefällt. Dass ich das nie machen würde. Weil es auch ein Nachteil ist. Hat er eine Kamera? Ja. Ja, okay, gut. Dann mag es gehen. Aber es hat auch einen riesen Nachteil, wenn du zum Beispiel keine Kamera hast. Und du wirst im Dunkeln bei Regen irgendwo in der dunklen Straße einparken. Guten Morgen. Das ist das Letzte. Ja, also ich habe früher auch ein bisschen abgerupft vom Golf 2. Ah, es war ein Golf 2. Aber es muss auch jeder wirklich selber wissen. Kommt du an Samstag jemand, dann guckst du die Karre an. Und dann werden wir mal sehen, was passiert, oder? So, hier müssen wir auch irgendwie anfangen. Aber wie der am Wörtersee immer noch hier steht. Das war noch mal ganz kurz. Wie lange ist noch bis Wörtersee? Sechs Wochen? Ja. Schaffen wir im Leben nicht. Also falls hier irgendwo eine Werkstatt dabei ist, zufällig, die Bock haben und Zeit haben. Ui! Das Wetter ist heute von der allerbesten Sorte schon wieder. Also wenn hier jemand schraubertechnisch, also jetzt nicht am Arsch der Welt auf deutsch gesagt. Also wir sind ja am Arsch der Welt, aber alle die zum Beispiel, was ich, weiter als gefühlte 50 Kilometer weit weg sind, sind am Arsch der Welt. Nein, alles gut. Wenn jemand hier dabei ist, der eine Werkstatt hat und Zeit und Kapazitäten. Ich meine, da kenne ich nämlich keinen, der das hat. Oder Nerven, sich das hier anzutun. Hier brauchen wir prophylaktisch einen großen Service. Das mag noch gehen. Eigentlich auch einen Zahnriemen, sicherheitshalber. Felge-Fahrwerk. Auspuffanlage. Eigentlich. Muss ein bisschen klingen die Bude. Ja. Hallo? Hä? Jetzt müssen wir mal kurz ein paar Einspieler machen, wie das Ding klingt mit einer ordentlichen Abgasanlage. Das Abrisskunde. Stell dir vor, die großen 20 Zoller hier drauf. 9x20, wenn es geht. Und knüppelt tief die Hütte. Also TÜV-Höhe. Und dann schön laut. Weißt du, wie lässt sich das abrollen? Mega. Mega. Da hat mir auch der Kollege von Teilberg Performance. Den habe ich irgendwann vor zwei Monaten angequatscht. Sag ich, kannst du meinen Gehladen und so. Versprachnachricht auf Insta. Kannst du meinen Gehladen und so. Kannst du den nicht tauschen und so. Kannst du das machen und so. Dann sagt er, schick mir das Ding. Sag ich, super. Zwei Minuten später. Heute Nachricht gekriegt. Und schon ausgebaut. Sag ich, nee, nee. Der Gehladen hängt immer noch am Motor. Also das wird beobachtet werden. So. Dann gehen wir nach vorne einmal rum. Und dann war es das, oder? Jo. Wir ziehen hier auch weiter so unser Video-Thema durch. Egal, ob das jetzt klickstark ist oder nicht klickstark. Wir wissen natürlich im Vorfeld natürlich auch immer, das Video geht nicht so geil. Das geht auch nicht so geil. Aber wir wollen halt auf die Community eingehen. Und nicht bloß das machen, wo wir sagen, Ey, yo, das geht richtig ab. Das knallt richtig rein. Und dann machen wir noch mehr Abos und noch mehr Abos. Weil ich habe letztens mit dem Haken darüber gesprochen. Über das Thema. Wie viele Abonnenten man hat. Und wozu das gut ist. Und was das bringt und was das nützt. Und ich bin mittlerweile auf dem Punkt, mittlerweile habe ich verstanden, was YouTube eigentlich bringt. Die Abos sind nicht entscheidend. Und eigentlich auch nicht unbedingt die View zahlen. Ist eigentlich egal, ob du 5.500 oder 5 Abonnenten hast. Oder 5 Millionen. Das spielt keine Geige. Entscheidend ist am Ende immer nur, was du daraus machst. Da brauchst du keine zig Milliarden Abonnenten, nur damit du einen riesen Pimmel hast. Deswegen ist uns das auch... Sei jetzt mal vorsichtig. Muss mal aufpassen, was man sagt. Deabonnieren vielleicht alle. Aber es ist nicht ganz so extrem wichtig, ob jetzt dieses Jahr dann irgendwie 100.000 Abonnenten haben. Oder nächstes Jahr... Gut, dann ins Jahr drauf wäre dann schon ein bisschen doof, ne? Boah, es ist wie es ist, oder? Könnte es eh nicht ändern, ne? Aber die Leute abonnieren ja fleißig, kommentieren fleißig, gucken trotzdem unsere Videos, auch wenn es vielleicht ein lames Thema ist, ne? Das finde ich halt gut. Wir haben eine Community, die, ich sage es mal vorsichtig, wo ich sage mal 80, 85 Prozent innerhalb der ersten drei Tage sich einfach alles reinziehen. Wenn man bei anderen mal so schaut, da guckt vielleicht die Hälfte ein lames Thema überhaupt das Video. Machst du jetzt hier? Ich mach die Motorhaut aus und schaue, ob der noch eine Dämmmatte hat in der Motorhaut. Bevor der Atem hier noch zwei Stunden bleibt. Danke. Na? Wie geil ist das Ding. So, was ist denn los? Was hat er denn für Fragen? Warte mal, ist das ein Fragenkatalog? Pass auf, beantworten wir jetzt mal live. Geh mal her. Ja, das habe ich alles hier. Oh, was ist denn das? Ne. Oh, geil! Das ist doch ein 107er, oder? Das ist ein 107er-Bordbuch. Ach klar, die ersten Modelle hatten das noch. Wie geil ist das, oder? Ach wild. Konnte Kacks ins Essen, oder? Also, was hat er denn gern gewusst? Wartungshistorie. Ja, die ersten Jahre von 1989, wie ich grob aus dem Hut, bis 2002 war das Ding bei sowas mit dem Mercedes-Benz in München. Danach ging das Ding nach Frankreich und wurde dann nur noch sporadisch bewegt und wurde dann ab und zu zum TÜV quasi nach Deutschland überführt und dann hat man dort den Ölwechsel gemacht. Zwei neue Verdeck-Hydraulik. In Klammern, 11 Zylinder. Verdeck, funktioniert und ist dicht. Softtop, knitterfrei, neue Scheiben. Neue Scheiben gibt es rein. Die ist ganz. Da geht halt der Weichmacher irgendwann raus und dann ist es mal zu kalt und dann macht es mal Knick. So wie hier, ne? Genau, die kommt noch neu. Aber man könnte auch alle tauschen, obwohl die hier noch sehr geschmeidig ist. Alter der Reifen. Steht auf der Flanke. Achso? Was sind das? 08? Ja, die gehen noch. 2008. Ich denke das geht noch, oder? Getriebespülung? Nope. Neuer Service? Yep. Dämmmatte Motorhaube? Ja. Bremsen, einschließlich Leitungen? Gemacht. Prost am Unterboden? Nope. Wagenheberaufnahme. Müssen wir mal gucken, aber ich glaube die ist in Ordnung. Unfallschäden? Reißlich. Weil? Also jetzt keine Unfallschäden in dem Sinne, aber der Paps, also das Auto ist was Besonderes. Hast du zugehört? Kannst du gleich alles beantworten? Ja. Perfekt. Und wenn nicht, guckst du das Video und kannst den Kunden schicken. Pass auf folgendes, das Auto gehört einem Freund von mir. Und den seine Familie, den sein Vater hat dieses Auto 1989 im Wünschen neu erworben. Und als der das Auto das erste Mal zu Hause angeschleppt hatte, der hat zwei Söhne und da haben die zwei Jungs sich bepisst vorlachen. Und haben gesagt, wie kann man nur so eine hessische Karte kaufen? Die Fachzusammenstellung ist ja mal absurd hässlich. War so damals der Tenor, da hat der Vater sich richtig spott anhören müssen. Und hat das Ding dann relativ schnell zur Seite geschoben und hat sich dann einen neuen geholt. Am Ende des Liedes war es so, dass das Auto dann nach so zehn Jahren im Familienstand und letzten Endes das Sommer Cabrio war. Haben die das Ding dann mit nach Frankreich genommen in ihr Haus. Da haben die noch ein Sommerhaus gehabt und da stand er dann in der Garage. Und wurde halt, ja, dort bei Urlauben und Co. benutzt. Aber die letzten sieben, acht Jahre nicht mehr. Das war auch witzig. Mein Kumpel rief mich dann irgendwann mal an und sagte so, Enrico, hast du Bock auf einen Roadtrip? Ich will den 129er hochholen. Hast du da Lust, wollen wir das machen? Ich sage, ist er dann angemeldet? Ja, der ist angemeldet. Ich sage, wie lange steht denn der schon? Na ja, ich weiß gar nicht so genau. Vielleicht so zehn Jahre? Also Martin, das können wir gerne machen. Aber ich glaube, den Roadtrip, den werden wir wahrscheinlich vielleicht bis zur nächsten Ausfahrt kommen und dann zum Feierabend. Meinst du wirklich? Ach Quatsch, der fährt. Ich sage, nee, weißt du was, ich habe eine bessere Idee. Glaubst du mir? Ich spreche da aus Erfahrung. Wir schicken einen Bekannten von mir mit dem Trailer, der hol das Boot ab. Und Tatsache, es war auch genau so. Das Auto ist natürlich, das hat dieses lustige Fahrwerk hier, dieses Trauliche. Das Ding lag auch komplett am Boden. Das ist halt alles gemacht worden. Also mit dem Auto wärst du garantiert keine zehn Meter gefahren. Und was mir auch gut gefällt, ist der Wischer hier. Kennst du den schon? Das ist der sogenannte A-Säulenwischer. Der sorgt dafür, dass die A-Säule immer sauber bleibt. Und auch kratzfrei wahrscheinlich. Da gefällt mir auch die Werkstatt gut, die sowas kauft und bestellt und montiert. Ich kann dir das versichern, mein Kumpel hat das nie gemacht. Weil der ist Architekt und kein Kfz-Typ. Der hat zwar ein Faible für solche Autos, aber der fummelt nie an den Dingern selber rum. Der Papa war dann eben, den habe ich selber auch noch kennengelernt, über 90. und ist dann oft gefühlt, ich sage es mal vorsichtig, nicht mehr so viel sehend mit dem Auto auch noch so ein bisschen rumgefahren, hin und wieder. Und da ist er natürlich dann vorne, hinten, links, rechts, überall auch mal dagegen gefahren. Das heißt, er ist halt hier gelackt worden? In Deutschland. Ich glaube, die rechte Seite. Also eigentlich, ich nehme mal ringsum. Okay. Ja, das Auto ist natürlich vom Zustand her hat es noch so zwei, drei Sachen. Also die Heckscheibe musste machen und den Kombischalter für die Wischer und Blinker gedönst. Da ist ein Massenschlussproblem da irgendwie. Und ansonsten das Ding aber echt geil. Ich bin damit gefahren, der fährt mega, Alter. Wirklich, der fährt mega. Ein saugeiles Auto. Aber das ist halt so, die typischen Sammelfreaks, Wertanlagentypen, kann ich auch verstehen. Die suchen dann halt ein Auto, das keine Nachlackierung hat und so. Aber von der Historie kann zu diesem Auto halt alles erzählt werden. Also wirklich vom, gefühlt vom ersten Tag bis zum letzten, bis es hier ist. Das Auto hieß in der Familie Birne-Helene. Ohne Scheiß. Ich habe mir gesagt, was, was ist denn Birne-Helene? Was soll denn das für eine Scheiße sein? Dann sagt er, Google das mal, das ist ein Dessert. Ja, naja. Für mich sieht es jetzt nicht so aus. Birne-Helene sieht irgendwie anders aus, aber egal. Achso, den haben wir wieder zurückgekriegt. Ja. ML320 CDI. Hä, das ist ab. Oh, nee. Hä? CD. Oder jetzt könnte es auch ein ML32 OCD sein. Scheiße. Wo ist denn es Ian? Oh, nee. Ach, Mann. Jetzt ist aber richtig scheiße. Pass auf, haben wir verkauft an den Kunden. Der ist dann mit zwei Wochen gefahren. Und dann, das gibt halt, da gibt es halt immer diverse Befindlichkeiten. Oder drei Wochen, ich weiß es nicht genau. Rief uns dann an und fragt, ob wir es zurückkaufen wollen. Da gab es irgendwie Ärger privater Natur. Dann hat er gesagt, naja, okay. Kann auch sein, dass vielleicht die Spritpreise einfach komisch wurden an der Zapfsäule. Dass er dann gesagt hat, du, warte mal ganz kurz. Wie viel habe ich gerade noch? Ah, nee, jetzt nicht. Weg das Ding. Kann sein. Am Ende haben wir dann nicht lange rumgezaubert und gesagt, es ist ein super Auto. Kaufen wir gerne noch mal an. Es ist, wie es ist. So, was haben wir hier noch? Ja, der Rest ist jetzt nie so dramatisch oder der Rede wert. Gut, Freunde. An der Stelle würde ich mich jetzt mal verabschieden. Der Papa muss jetzt sein Kind abholen gehen. Ich wünsche euch einen... Was ist das so? Das ist der Bentley. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Bleibt sauber, bis bald und gesund. Euer Rego. Ciao, ciao.